VfB SUL Auto Thüringen, der Tim ist am Apparat. Hallo Tim, die Zusammenarbeit mit dem VfB SUL macht wirklich Spaß. Aber du weißt ja, dass im Herbst immer viele Leute bei uns krank sind. Jetzt könnten wir mal eure Hilfe gebrauchen. Okay, klar, wir kommen. Hebebänder haben wir immer am Lager. Welche Tonnage benötigen Sie denn? Sie können alles bei hebezeugshop.de bestellen, per E-Mail oder auch gerne direkt bei mir am Telefon. Ein Angebot schicke ich Ihnen direkt zu. Sie brauchen die Krantauversen schon nächste Woche, da wir die Krantauversen selber konstruieren und herstellen. Kein Problem. Ja, die Anschlagketten, dazu können wir gleich mitliefern. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Hi Juliette. Hi. Wir haben gerade eine Bestellung für einen Kettenzug erhalten. Fünf Tonnen, drei Meter der Hupe. Kannst du den bitte schnell fertig machen und versenden? Alles klar, kein Problem. Hi Jan, wir haben gerade eine Bestellung für eine dringende Traverse bekommen. Kannst du die bitte schnell fertig machen? Kein Problem. Dankeschön. Bei der SAT liefern wir alles, was man zum Heben braucht. Krane, Hebezeuge und Anschlagmittel. Für Industrieunternehmen, Bauunternehmen und alle anderen. Man findet uns am besten über unsere Webseite hebezeugshop.de. Dort findet man auch die E-Mail-Adresse, Telefonnummer und alles Weitere. Unser großer Vorteil bei der SAT ist, dass wir ein großes eigenes Lager mit vielen Lagerbeständen und eine eigene Produktion haben. Dadurch können wir die meisten Waren in sehr kurzer Zeit ausliefern. Ich bin Projektleiter bei der SAT, Suhler Hebezeugtechnik und schon mein halbes Leben lang großer VfB-Fan. Ich habe unseren Geschäftsführer dazu überredet, zu einem der Heimspiel des VfB 91 Suhl in die Wolfsgruppe mitzukommen. Am selben Abend haben wir den Sponsoringvertrag auf einem Bierdeckel unterzeichnet. Und jetzt bin ich wieder auf der Sette. Ich bin Projektleiter von der Sette. Sie haben mich für die Sette. Die Sette hat mir ein wenig Zeitpunkt gesehen. Ich bin Projektleiter von der Sette.